Der Krohn ist schon bei 85.000 und das sind die Symbole, also wie gesagt, vorne der linke ist der höchste, wenn wir den dreimal in der Reihe haben, gibt es am meisten, dann die Sonnensymbole, gibt es die Freegames, ne, das sind so Feuersymbole, plus zusätzlich nur der Freegames, 60 Dollar sind drin. Spannende Musik Spannende Musik Und von den Fuhigens brauchen wir drei Stück. Und von den Fuhigens brauchen wir drei Stück. Und von den Fuhigens brauchen wir drei Stück. So, jetzt erklärt. Also, ihr seht die Symbole, dass wir hier vier Stück noch zusätzlich haben müssen für die nächste Reihe acht Stück und so weiter, um alles aufzufüllen. Und wir starten. Und dann legen wir los. Ihr seht, nur noch einen für die nächste Reihe zum Freimachen. Und lasst die Reihe frei. Das war jetzt drei Stück. Die nächste Reihe. Und ihr seht auch oben schon, dass der Miner, der ist also drinnen. Also, wenn wir in den geblockten Zeilen Sonne bekommen, die bleiben also bestehen für uns. Und das ist auch die erste Reihe. Komm, 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 komm. Aaaaaah! Drei Stück noch. Komm, spinn oder nicht spinn? Komm, spinn, 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 spinn! Komm, spinn, spinn, spinn! Kleine Rinden von 16 Dollar. Vier Stück. Und kommt zur Zeit später. Wieder vier Stück Karts und diesmal sogar mit einem Mini von 19,70 Dollar. Ja, jetzt aber alles auffüllen. Jawohl. Einer. Zwei. Drei weitere Spins. Und Sönchen, Sönchen, Sönchen. Das sind Feuerbälle. Feuerbälle. Wunderbar, Laie frei. Auf zur nächsten. Nur noch zwei. Komm mal, zwei. 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 Jawohl. Zwei. Jawohl. Nächste Reihe frei. Da brauchen wir drei. Und da wir die drei schon haben. Oh, das ist auch frei. Zwei. 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 Und noch eins. Jawohl. Zwei. Wieder drei Stück. Zwei. Zwei für die obere Reihe. Zwei. 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 Einen für die nächste Reihe und drei Spins dafür. Kommt vom Ball. Jawoll. So, und jetzt wird es natürlich vier Stück. Muss ein bisschen zurück. Noch ein Mini. Drei Stück wieder und drei für die oberen Reihe. Ja, zwei wieder. Komm schon, Ball. Spinnen oder drei Stück. Ein Feuerball, ein Feuerball, voller Ball. Schade, aber zwei Minis. Oh, Mini. Wunderbar. Und ein kleiner Line-Hit von 59,20 Dollar. Und an dem läuft es eindeutig besser. Ja, wieder ein Mini. Mini ist leider etwas gesunken auf 15 Dollar. Ja, zwei Minuten aufzufüllen. Komm mal. Jawoll, Reihe frei. Und Reihe freies wir uns wieder. Oben ist sogar mein Ohr schon drin. So hoffnet man diesmal auch schon. Schön. Noch einer. Komm, 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 komm. Einmal, jawoll, Mini. Zwei Stück wieder für die nächste Reihe. Zwei Stück, komm. Komm, 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 komm. Wuhuuu. Jetzt aber. Ja, es findet zumindest eine. Zumindest eine, nein, 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 nein. Jetzt. Ah. So hier, Landkrieg meiner und mich. Ja, richtig voll oben. Aber die Reihe nicht aufgemacht. Und es werden 57.15. Aufgang 100. 50,47. Das erste Mal. Free Games. So. Also, wir haben die Auslaufmöglichkeiten. 20 Free Games mit einem Multiplikator zwischen 2 und 5. 15 Free Games mit einem Multiplikator von 3 bis 8. 10 Free Games mit einem Multiplikator von 5 bis 10. Und so weiter. Also, ich bin für den Grünen für 10 Free Games. Meine Frau schützt den Kopf. Ja, dann. Wählen Sie. Also, von den Free Games bekommen wir mit einem Multiplikator zwischen 3 und 8. Ja, jetzt mal Multiplikator mal 3. Und die 보고ert haben wir da. Und die Vergatenglà mir da auch. Oh, 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 oh. Hört damit auf? Hier, Menschen, hier, Menschen. Das ist ein Leine, der von 35,20 Dollar steht. So, noch 10 Fiegel. 5, 10 Fiegel. So, noch 10,50 Dollar. So, noch 10,50 Dollar. 12,50 Dollar. So, noch 10,50 Dollar. Alsoąt be Chili. So, noch 10,50 Dollar. 2 Stunden 2 Stunden Oh, das ist es. Ein Gewinn von 73,60. Kannst du mal ein Wasser bestellen? So, wir durften mal wechseln. Nein, wir haben mal gewechselt. So, wir haben mal gewechselt. Ich spiele jetzt. Ich habe eben schon gesagt, ich nehme den grünen. Und ich werde den grünen auch drüben spielen. Also, beim dritten Mal. Ihr seht ja, 167 Dollar haben wir jetzt. Ich nehme den grünen. Ja? Natürlich. Okay. Ich gehe volles Risiko. So. Ja, noch mehr Free Games? Gibt's das? Ja. Diamante nicht. Im dritten Mal 8. Mal 8. Ja, warum seht ihr mehr? Ja, warum seht ihr mehr? Das Pay von 10 Dollar sonst. 70 habt ihr ihn geholt, oder? Ja, 72. Okay. Du musst 72 über den Rumpen. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab nicht gedrückt. 72 über den Trumpen. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab nicht gedrückt. Da bin ich nur 3 Dollar. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab schon schön hoch, mal 10, aber... So, jetzt das Bind. Reine von 7 Dollar. Ja, also ihr seht, auch wenn man mit den Prozenten hochgeht, dann ist es 31,50. Also, nur wenn man mit den Multiplikatorn hochgeht, heißt das nicht, dass man viel mehr gewinnt. Dann sind wir jetzt bei fast 200. Und weiter geht's. So, bei dem ganzen Gewinn, mal ein Bad. Kriegen wir mal ein Bad. Prost, Schatzi. Prost, Schatzi. Der zweite ist da, so. Was machen wir? Der 20er. Ich hatte den 50. Wir müssen auf jeden Fall 73 schlagen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr genommen hättet. 20. Ich weiß es nicht. Gott, ich mach die Augen zu, meine Frau drückt. Die hat wirklich den 20er genommen. Gott, Mann. Die Faktoren sind 2, 3 und 5er. Hallo. Unter. Die Faktoren sind 3,50 Euro. Das ist 1,50 Euro der erste. Ich bin ja mal für den Bonus im Bonus. Come on. Das ist jetzt nur kleines, wahres, schönes Geld. Nummer drei. Nummer drei. Nummer fünf. Nummer one, 21,50 Euro. 狙er-größe bisher. Nummer vier. Wir kommen den 70 Schnee an. Wir sind schon bei 37. 33. Wir haben noch 6 Regates. Wir haben noch so ein schöner Dicker. Freaking, Freaking. 390 Cent. 3 Dollar. Sind schon. 33.90. 1,20. 1,20. Da ist es drin. 1,20. Ah, wir haben noch einen. So. 64 sind wir. Wir müssen also mindestens noch 10 Dollar haben. Und Ring 3. Knapper Pass. Sie hören den Ball. 67,30. Und sind dadurch bei 250 Dollar. 259 Dollar. 259. 27. Also auch 60 schon. 250 gemacht. Macht 190. Minus die 100 die wir verloren haben. 90 Dollar gewonnen. Und knapp 7 Dollar später. Also 7 Spins. Da war er wieder. 3 Free Games bekommen oder was? Klar. 50. 50. Also. Wir müssen ja die 73 immer noch knacken. Wir nehmen die 15 diesmal. Und dann wollen wir mal. 1. 4. 1. SpinDreck. 9 Dollar. 1 Dollar. 1 Dollar. 2. 5. 1. 1 Dollar. 2. 2. 1 Dollar. 2. 1 Dollar. 3. 1 Dollar. Jetzt aber irgendwann mal Bonus im Bonus. Es wird ein kleiner, es wird ein ganz kleiner. Ich muss doch mal die 70 knacken. Noch 2 Stunden. Und da ist es. Aber jetzt, komm an. 6,50 Dollar noch. Mach! Ein Gewinn von 38,20 auf 281,77. Hat etwas länger gedauert. Rund auf 236 bei der 1 Dollar Wett. Ich muss die 70 Dollar von meiner Frau knallen. Und wir gehen auf die 10 Games. 10 Free Games, mal 10 ist der maximale Multiplikator. 3 Games schon vorbei. Nein, 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 nein. Kleine von 6,50. Gib alles! Gib alles! Komm rein! So, jetzt aber. Komm! Komm an! Komm an! 10. 27. 5 Stück noch. Wird knapp. Aber wir schaffen das heute. Drücken die Daumen. Daumen die drücken. 4,5. Wird noch mal ein Bonus im Boden. 8,50. So, mal 10. 3,50. Du wirst doch mal 10 für 3 Dollar. Neue Noch zwei Stück Verdammt knapp das So, Last Spin 3,80 Dollar Und wieder nicht, und wieder nicht, und wieder nicht Oh Mann, oh Mann, oh Mann 28 wird, Mann, Mann, Mann Okay, wieder auf die 264 hoch Wir cacheln dann 195, 27 aus